Mein Name ist Edward. Hätten Sie einen Moment Zeit? Warum streiten Sie, wenn Sie keinerlei Forderungen haben? In der Regel empfehle ich Ihnen zu einer Situation eine Lohnerhöhung. Dann weiß morgen die ganze Stadt, dass Sie Ihre eigenen Leute hintergehen. Ja, ich freue mich, dass ich Sie sehr, sehr gerne. Bleib mir mit mir. Überlass mir, Hannibal. Ophelia, ich steh mit euch. Das könnte ewig so weitergehen.